Unser Equascan Funksystem wurde ja bereits im letzten Jahr in den Handel gebracht. Ein großer Vorteil dieses Systems ist wirklich, dass wir die Möglichkeit haben auf unsere Wasser- und Wärmezähler ein Funksystem zu adaptieren. Das heißt auch auf bereits verbaute Geräte, nachträglich im Plug-and-Play-Verfahren einfache Funkkommunikation zu adaptieren, um dann dem Wohnungseigentümer die Auslesung der Zähler zu ermöglichen, ohne den Wohnraum zu betreten. Das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, dass man nicht mehr unbedingt zu Hause sein möchte, wenn der Ableser kommt oder es kommt zu Fehlablesungen. Dieses Thema können wir mit dem Funksystem Equascan lösen. Equascan bietet eine sehr hohe Funkreichweite, verbunden mit einer sehr hohen Funkgeschwindigkeit. Im ersten Schritt haben wir ein sogenanntes Walk-by-Funksystem aufgebaut. Das heißt, der Ableser hat einen Funkempfänger per Bluetooth an seiner Gürtelschnalle im Auto in der Nähe des Objektes und kann damit die einzelnen Zählerpunkte ablesen. Eine neue Innovation, die eben auch ermöglicht, unabhängig der vor Ort Anwesenheit des Ablesers wirklich stationär die Zähler abzulesen und dann bequem vom Arbeitsplatz aus sich die Zählerstände anzusehen. Dieses System haben wir jetzt hier schon mal vorgestellt. Es wird im Laufe dieses Jahres entsprechend in den Markt eingeführt und bietet uns weitreichende Möglichkeiten, das Thema Energiedatenerfassung und aber auch Energiedatenmanagement später weiter auszubauen.